hallo und willkommen bei mein Krupp es gab auch etwas alles klar so weit geht es wollte sie ja unbedingt gesehen deswegen kommt jetzt mit den sehr geehrten FIFA den IG die er hat die okay ja ich habe mich nicht sehen wenn es wird Orkenspiel ist und offline nun sicher die wollen sich haben Mitte oder weg er will auf dem und dann ihr weg und die kommende Also unter dir. Unter und, so besser gesagt. Ja. Nur halt, ich nenne immer die wichtigen Personen zuerst. So kein Stück abgehoben von mir. Nein, ist keine Kiste. Kann sein, dass uns jemand verfolgt. Da ist einer. Seite abweichen. Da schwimmen macht ja so viel Spaß. Aber ich glaube, da ist eine Kiste da unten. Wenn nicht, da oben ist einer. Nee, ist keiner. Na. Ich bin so dumm. Gib dir einen Boost mit. Nein, nicht schlagen. Das sind alles wichtige Herzen. Wir sind einfach so gut. Ja, danke. Nein, da ist einer. Ich bin tot. Oh, komm, wo du bist. Richtig schlechter hatte bloß acht Herzen. Wir sind beide tot. Wir sind gut. Ich bin der auch beste Trainer EU-West. Ja, ihr könnt, ihr könnt es nicht bedeuten, wir sind gut. So direkt neue Runde, neues Glück. Und kein neuer Jumping-Panon. Ja. So. Aber wir machen so lange den Jumping-Panon. Gibt es irgendwas anzusprechen? Äh, nö. Doch. Doch. Das ist für... Warte, Freitag, Samstag. Das dürfte das Sonntagsvideo sein. Ja, das Sonntagsvideo. Gut. Heute am Sonntag äh, verrate ich jetzt den genauen Plan, also den genauen Videoplan. Montag, also die ganze Woche kommt erstmal Minecraft. So. Dann Montag, The Binding of Isaac Afterbirth. Dienstag, Hashtag Beste Trainer, FIFA 16. Mittwoch, GTA San Andreas. Donnerstag, GTA... Ähm, Donnerstag, äh, FIFA 16. Hashtag Beste Trainer. Äh, Freitag, The Binding of Isaac Afterbirth. Und, äh, Samstag und Sonntag kommen Handy-Games. Und halt jeden Tag Minecraft. Jo. Das war der genaue Aufnahmplan. Alles klar. Ja, den muss man auch mal in den Videos erwähnen. Äh. Gibt's hier kein Jump-1-Ende? Ich bin jetzt hier oben und hier ist jetzt kein Ende. Ich bin halt oben auf dem Kreis. Oder soll man auf dem Baum? Warum? Ich bin halt auf, ob du so mitfindest. Ja. Zwischen uns steht der YOLO 2204 unge... Ah, unge. Die spielen... Unge. Na, hat einen Ottermann-Skin. Ach, ne, Ottermann hat ja jetzt ein Skin. Entschuldigung. Was, was? Er kann sich sowas leisten. Hä? So, 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 so. Ja, wieder, wieder erstmal durch eine Voodoo-Kiste Schaden kassiert. Flori, wo bist du? Äh, ich seh' niemand. Ich hab' Blindness... Kann sein, dass... Kann sein, dass die alle lecken. Kann sein, ich hatte eben ne Drogenkiste. Oder... Äh... Ja, Drogenkiste hatte ich. Was für ein Server. Ja, wir bauen mal ne Drogenkiste ein. Hm. Weiter nach oben. Unter uns wird gefightet. Einfach ignorieren. Ah, genau, genau, genau. Ich hab' ein Thema anzusprechen. Äh, das liegt nur... Das spreche ich jetzt nur an, weil wir in der Schule drüber geredet haben. Lenny, rate mal, welches Thema es ist. Hm. Putin? Nein. Nein, Lenny, der IS. Nicht der IS, allgemein Flüchtlinge und so. Istanbul. Ja, nee, ja, nee, das ist das Nebensache. Allgemein, äh, IS-Flüchtlinge, so den Dreh. Okay, gut, also erstmal. Sag du zuerst deine Meinung. Bei mir, du weißt, bei mir kommt wieder stundenlanges Gelaber. Ja, äh, unter uns sind welche. Also meine Meinung, meine persönliche Meinung ist, ich bin kein Nazi. Das vorab. Oh, Apokalypso. Äh, ich finde, ich finde, na, also, ich bin ja nicht dagegen, aber wir sehen ja, was in Köln am Silvester passiert ist. Was ist denn da passiert? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Äh, tausende Ausländer sind auf die Straßen gegangen, haben sich per Facebook oder bei sozialen Netzseiten verabredet und haben Frauen vergewaltigt. Alles klar. Tausend und da waren 200 Polizisten und die 200 Polizisten konnten nichts machen. Komm, leg dich auch hin. Kietes, Spawnpoint. Kietes, Spawnpoint. Hilfe. Hey, ich sterbe. Flori. Schlag mich, wenn du es gekannt. Schlag. Schlag. Lenny, schlag mich. Ich schlag dich da schon die ganze Zeit. Ich bin... Flori. Dann können wir jetzt mal über das Thema reden. Jetzt kann man mal in der Sicht zugucken. Ja, ich bin Ihnen in deinem Körper drin. Ja, nice. Also stell dich gut an. Oh, ich versuch's. Ich kann ja jetzt ganz, äh, gechillt, wo es der auskommt. Ich bin grad Premium, äh, dachte. Ne, wir lassen mal unsere Meinungen. Also jetzt guck deine Meinung. Also nur grob. Äh, ja. Ich find, äh, wenn's den Leuten sehr schlecht geht. Also so, dass ihre Häuser zerbombt wurden. Dann kann ich ja noch verstehen, dass die nach Deutschland kommen. Aber nee, bloß weil die ganze Familie dorthin wandert, heißt das nicht, dass man da auch hinwandern muss. Also. Ja. Ich verstehe, was du meinst. Wie soll ich das erklären, ohne so ein bisschen Weichstunden? Also du bist der Meinung, Leute, denen es wirklich schlecht geht, die sollen kommen. Aber dann sollen die jetzt nicht sagen, Jo, mir geht's richtig schlecht. Meine Familie wohnt zwar ein Arsch der Welt. Äh, also meine Familie wohnt jetzt wo es denen eigentlich gut geht. Die nehmen wir da aber trotzdem mit. Ja, so mein ich das. Und du hast ja gesehen, wie für Ausländer Deutschland hat. So. Und meine Meinung ist, äh, wenn's den wirklich... Alles klar. Blöde Hure! Wenn denen es sau schlecht geht, sollen die's machen. Aber die Politik ist einfach nur grottig. Aber dieses Thema werden wir in der... Ich hatte zwei Herzen! Nein! Dieses Thema werden wir genauer in der nächsten Folge unter die Lupe nehmen. Weil die nächste wird ein kleines... Special. Aber er war wirklich schlecht, mein Gegner. Ich werd mir dann noch jemanden suchen, außer den lieben Fufa Lenny und mich. Dann wird da noch jemand anders bei sein. Dann werden wir zu dritt über das Thema diskutieren. Jo. So wie die vollprofessionellen Politiker. Und was ist deine ungefähre Meinung dazu? Hab ich doch schon gesagt, äh, die Politik ist grottig, äh, weil, kann ich eigentlich letztlich begründen, weil sonst nehme ich einfach eigentlich schon so viel vor. Also ich bin der Meinung, es liegt eigentlich zum Großteil an der Politik. Ja, okay. Deswegen, also am Montag werdet ihr dann, also morgen für euch, werdet ihr dann so ein volles Themenvideos sehen, wo ich meine Meinung sag, Lenny, das wird halt so lange gehen, bis wir unsere Meinung gesagt haben. Dann sollt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Aber jetzt noch nicht. Also nicht. Jetzt ist es erstmal das SG-Thema. Ja, jetzt ist es geht so. Also, z.B. gehen wir als Profis. Aber mein Gegner war wirklich schlecht, der war, der war halt immer testen. Man kann den Schleimball essen. Mal gucken, wer hat es probiert. Mama, Mama, Mama. Nee. Spure, Ammonik. Spure, Ammonik. Amk. Äh, 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 die mehr Bescheid, äh, hier lang. Amk. Amk. Julian TV. Es ist Julius und er ist nicht, dass er heißt. Ich hab wieder schon bekommen, sich gern. Das Julius von, äh, das Julius, weil der Julian heißt. Ja, ja, von FB von Kiefer-Greuzinheit. Erstmal den Vulkan hochklettern, da sind auch viele Küsten. Go, go, power way. He, he, he. Der Penis ist hinter der S-Einer. Ach, Fluri, ne. Wir schaffen das. Ja. So. Wir sind Bergsteiger. Ihr müsst wissen, und ich hab die Welt erkundet. Lass eine Kiste. Und. Und. Keine Waffe. Aber ich hab lange damit kann ich dich runterboosten. Oder hochboosten. Wo bist du? Hinter dir, ich hab die Kiste erst mitgenommen. Wow, ne Werbbank. Nice, Alter. Wie gut sind wir. Werde ich den Sprung schaffen? Nice, Alter. Was für Skill. Hätt ich das jetzt nicht geschafft. Und, Donald. Ne Waffe. Ich bin bewaffnet. Da kommt eine Hochfluri. Wo? Da. Da ist er. Ist der Premium? Der hat doch eben noch einen orangenen Namen. Florin, nimm du mal. Florin, nimm du mal. Nein, nein. Doch, 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 doch. Nein, stimmt. Wir sind hier oben ja auch nicht sicher. Die spawnen ja überall. Warte mal. Bei mir hat's unten geklopft. Wieso klopft das in meiner Aufnahme? Nicht wundern, wenn ich sterbe, Florin. Nein, ich kann Lenny nicht verteidigen. Ach du Scheiße, Akalypse ist zu stark. Ich lass Lenny den Stich. Super, Splashpossen auch gefehlt. Alter. Die übertreiben teilweise mit der Kalypse und allen. Jetzt hol ich noch meinen sicheren Tod rein. Lebt Lenny noch? Ne, Alter. Irgendwie, irgendwie laufen die Runden gerade zu. Kein Stück. Ihr wolltet das sehen. Beschwert euch nicht. Vor Tag. Oh, wie du hast mich getötet. Ich hab dich nicht getötet, ich hab dich eigentlich, äh, gelassen. Warte, warte. Oh, weil ihr nicht das, was? Alles klar, der Liebe, der Liebe, der Liebe, der Liebe, der Liebe, der Liebe, der Besuch. Und das, wo wir nicht so voll über Politik reden, vielleicht kann ich nicht damit reden. Oh, nein, 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 nein. Ja. So fies. Sowas von. Börse. Alter, Alter, so richtig nübisch, aber dafür wird nächste Folge ein bisschen themenhafter. Deswegen würde ich sagen, jo, wenn es euch gefallen hat, auch wenn die Runden alle grottig waren, würde ich sagen, haut rein, lass dein Zombie-Like da, also einfach ein ganz normales Like. Nur halt mein Kopf, lass dein Like da. Und ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao. Tschüss.